Ich bin Volierio Martinez, bin 13 Jahre alt und ich bin 20 KCB. Ich heisse Jeremy Chilanga, bin Goli, Kapitän und ich bin CB Junioren. Wir bereiten uns am Samstagsspiel gegen den FC Ruti vor. Ich bin Arjen Osmani, bin 14, ich bin Innenverteidiger, ich spiele auch CB, WCK und bin 14 Kapitän. Hallo, ich bin Noah Giacomin, ich gehe ins CB, WCK, ich spiele rechten Verteidiger und ich gehe gerne in die Mannschaft, weil wir zusammenhalten und ein gutes Team sind.